verpiss dich aber immer ich wette ich habe das noch so dass ich hier gar kein geld mehr haben werde habe ich die polizei die ganze zeit findet und nicht in der reihenfolge andersrum sie getest 50 sekunden das ist so krass die hier von mir verlangen weil ich gibt da jetzt gar keine acht mehr drauf ich lab doch die mir jetzt geld abknüpfen oder nicht ein bisschen was kriege ich ja wieder werde ich die ganzen sachen die kaputt mache so einmal hier rum hallo polizist dankeschön ne 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 habe ich nichts zu tun wenn ich radfahre muss man auch von der seite sehen okay so und los geht's hey das ist so kacke dass ich dann immer das timing ab es geht es gibt wahrscheinlich gleich noch der wagen flöten auch geil und hast du jetzt das level geladen ja ich kann ja schon sowas von in die tonne treten ich glaube oben lang fahren ist doch besser es ist so krank mehr so krank wie wenig zeit ich hier habe ja mission neu starten bei 250 muss man ja nicht abdrücken weiter das ist immerhin die guten alten zeiten wo ich bei crash landing gut oder bei eben einfach auch mal drei vier parts an einer stelle festigen ist das nicht wundervoll ich werde jedoch bekloppt strecken gestreckt und das in aller herrgott früher ist also doch wieder sonntagsaufnahme und sammachlager nach hause aber okay okay ich überspringe garantiert keine mission ist mir scheißegal ich habe mal gesagt hat jetzt letztendlich zu 70 80 parts lang wenn ich so weiter so sind wie sie jetzt sind dann wird es doch noch eine ganze enge länger hey vielleicht schaffen wir vielleicht werden wir dreistellig das ist mein drittes projekt was ich mit der dreistelligen anzahl von parts beendet habe glaube ich das erste war natürlich final fantasy da bin ich aber auch schon fest davon ausgegangen tollok 4 war überraschend dass es so lange gedauert hat aber nur wegen meiner scheiße weil ich unbedingt alle gaps holen wollte und so und weil es auch aber ziemlich umfangreiches spiel ist muss man auch dazu sagen und dann wird das jetzt nicht bei nummer 3 anreichen mit 100 parts habe ich hier zwar auch nicht gerechnet aber hier habe ich mir schon gedacht das wird auf jeden fall mehr als 50 werden und das habe ich schon bei weitem überschritten ich glaube ich bin jetzt hier schon das was ihr erzählt müsste schon so über part 70 sein auf jeden fall ich habe jetzt momentan einen relativ guten puffer und ich baue mir hier gerade auch wieder ganz schön einen auf aber komischerweise ich mache trotzdem irgendwie bock auch wenn ich ich weiß nicht ich glaube je mehr ich mich über das spiel aufrege umso mehr bock macht mir das letztendlich weil würde mir jetzt keinen bock machen würde ich sagen ach weißt du was ey ich bin doch nicht blöd und und haltet mir so eine scheiße hier auf und ich habe jetzt echt ich finde das erstaunlich dass ich jetzt so viele probleme habe hier überhaupt mal die laser stände zu finden beziehungsweise zu treffen okay dennis ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig so zack 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 ja dir werbemaskottschön eigentlich sind die ja wirklich kein problem auch von der zeit her weil selbst hier kann ich auch scheiße bauen und ich würde es trotzdem schaffen deswegen kann ich hier eigentlich auch mal ein bisschen darauf achten dass ich vielleicht doch nicht die polizei hier auf mich auf ich habe es gerade ausgesprochen ich habe es noch niemals ausgesprochen naja egal die stadt braucht ja auch geld nicht ja 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 alles gut aber vielleicht erfahren wir dann mal was passiert wenn wir kein geld mehr haben sechs versuche habe ich noch quasi ich finde auch wichtig dass diese laser stände mir wenigstens auch mal so ein bisschen geld geben könnten pro zehn pro stück oh man das nervt so okay nicht 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 so zack verbaut mal polzen nein wird da nicht die leiste geht auch so schnell so langsam runter das ist unglaublich mein wunderschöner schädel ich konnte nicht mehr steuern weil ich wieder rumgesprungen bin ist das leben nicht schön ja 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 ich bin gespannt was das level noch so für uns bereit hält an mission boah noch zwei missionen hier nach ey brrrr ich weiß noch nicht was die letzte time ist und am ende kommt er noch fahr einfach mal um die stadt in 10 sekunden war irgendwie so kack so und wa und hallo ich finde ich habe echt nicht viel gerammt jetzt grad trotzdem ist der balken so weit oben ne nicht schön jo jo ach god ihr könnt mich doch alle mal der hat mich doch niemals da der war nur 20 meter weit weg Junge ja durch hier schnell hm ich hab da überhaupt gar nix berührt von der scheiße das war wieder so eine kackte ramierungsrotze aaaaaaah ich kann nicht mehr ich will nicht mehr ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr ich bin auf jeden Fall stolz wenn ich das Spiel geschafft habe ok ich hab noch genug Zeit aber hab ich jetzt ein anderes Timing vielleicht kommt dann dieses komische Baumabholzungsding der Bowlingbahn jetzt nicht gerade in dem Moment wo ich hier lang springe hey sehr gut so ok ok gut 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 kann ich auch nicht in der Zeit mehr ob ich jetzt besser bin als sonst oder nicht ja ja ist egal ich bin in der Schrift zu weggegeben finde ich das ja komm ist gut ist gut ist gut nein das kostet viel zu viel Zeit man ich weiß nicht ob ich jetzt gerade ein bisschen mehr Zeit habe oder so ne hab ich noch einen Fall ne Standard du hast 15 Versuch nochmal gut hast du gedacht ich hätte Angst oh das ist aber wirklich nicht 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 weit mehr oh ich hab Kopfschmerzen Junge 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 oh ich kann nicht mehr das ist so hart ne ich find das so schwierig ah das muss wirklich perfekt laufen die Polizei darf mich nicht treffen ich darf nix äh hier ne kommt auf die Barzeit des Lebens ah mir darf einfach nix passieren ich darf kein Auto haben auf dem Rückweg mich darf die Polizei nicht treffen und ich darf die Laser-Dinger nicht einsammeln hm mein Theo kritisch könnte ich mir vielleicht irgendwo einen stehen lassen ich hab dann ja meistens noch ein bisschen Zeit übrig das ist vielleicht mal ne Idee so das Spiel quasi ein bisschen austrickse weil der Nächste erscheint ja bestimmt nicht erst dann wenn ich den ne die sind schon alle da ok das ist schon mal sehr gut ich weiß jetzt nur nicht wie viel Zeit ich da schaffen würde irgendwo hinzukommen so so ok komm na komm schon ihr Luschen Luschen Lucha Chupa Chups au verdammt ey ey Junge ich hoffe die Karre hier hält das aus ok das ist natürlich jetzt scheiße weil das ist nämlich natürlich schon sinnvoll wenn ich dann jetzt hier doch ein bisschen Zeit noch gut hab hinterher ja so nicht, so nicht so ich glaub den lass ich mir stehen den lass ich mir stehen so mach ich das hab ich den jetzt eingesammelt? nein Gott sei Dank nicht aber das schaff ich nicht den hätt ich mir stehen lassen können glaub ich weil da bin ich natürlich schon näher an den Quasi-Studios dran und wenn ich dann immer 50 Sekunden Zeit hab ne dann ist das natürlich ziemlich praktisch mehr 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 kannst du, kannst du, kannst du, kannst du ach verdammt hätte ich den jetzt nicht erwischt dann hätt ich ihn vielleicht bekommen ok aber das ist glaube ich eine ganz gute Strategie dass ich einfach das nicht in der Reihenfolge mache so wie es, äh gedacht ist sondern dass ich mir echt einen stehen lasse er hat das Bild noch nicht mal geladen ah jetzt hab ich das Bild schon mal geladen immerhin, immerhin jetzt muss ich nur das Level laden ach ja anderthalb Stunden also seit ja, 40 Minuten bin ich jetzt schon hier dran also das ist ja auf die Idee noch nicht früher gekommen das finde ich ein bisschen arm von meinem Kopf da muss ich ihn mal kritisieren den sonst so perfekten ähm ok und zack nein scheiß man wir sind doch weg da aber als ich gerade habe ich auch ziemlich viel Scheiße gebaut wenn ich den einen da hinten platziere dann speich ich auf jeden Fall ein paar Sekunden hin so so lieber wäre mir noch der da an diesem Bowling Center gewesen den ich gerade schon da hinten platziert habe ich hab doch danke ich finde das ist lustig manchmal kann ich da echt an dem vorbei fahren ich muss den bei weitem nicht mehr rühren so wie den zum Beispiel aber manchmal musst du die auch einfach komplett überfahren übersemmeln damit ich hier registriert werde auch ja ja so den habe ich gerade stehen gelassen der will mir eigentlich echt lieber so so gut dich lass ich da jetzt mal stehen nicht nicht die chromverzierungen bin mal gespannt ob das ob das auch fruchtet jo null problemo schön alles für bald ist okay also ein wenig Zeit habe ich jetzt auf jeden Fall gut gemacht das war jetzt auch in Ordnung Hilfe ja und ja okay super ey die Polizei sucht mich niemals oh 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 da könnte es was werden könnte es was werden und wann ich mich jetzt hier anstelle meine Polizei ist jetzt hier nicht mehr am nerven okay ich bin wieder ruhig ich bin wieder ruhig genießt auch mal dass ich die Fresse halte ja 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 ha 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 ihr Wichser ich hab grad Spiel ausgetrickst oh warum hab ich das nicht gleich gemacht ach und warum hab ich nicht gewusst dass dieses Showgirl gestern Abend ein Kerl war im Nachhinein ist man immer schlauer ich bin der King na äh wo ist denn hier mein Telefonsal die ist hier rechts ne ähm wat nehm ich denn mal wat nehm ich denn mal nein 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 ich hab euch in den Banditen der war ganz gut fürs Rennen zumindest Autofahrer